Hi, eigentlich wollte ich heute die nächste Folge über Katechismus drehen, und zwar über Gottes Vorsehung und Vorsorge. Ich will aber trotzdem über etwas anderes heute kurz sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr die Lisa kennt, die seit ungefähr einem Jahr auf YouTube uns an ihrer Krebsgeschichte teilhaben lässt. Gut, man kann über solche Videoblogs natürlich verschiedene Meinungen haben, darum geht es mir jetzt aber nichts. Was nicht Fakt ist, da ist ein junger Mensch, die Lisa ist jetzt glaube ich um die 21, und stirbt an Krebs. Gestern hat sie, wie sie gesagt hat, das letzte Video gepostet, mit dem Titel Die Vorbereitung auf den Tod. Es ist ein berührendes Video, wieso ich es aber anspreche. Ihr Kanal hat natürlich ein paar tausend Likes, ein paar tausend Abonnenten, die, wie sie schreiben, die Daumen drücken und so weiter und so fort. Es ist aber auch wichtig, dass es jemanden gibt, der für sie betet. Vielleicht tun es auch einige von denen, die schreiben, ich drücke dir die Daumen, darüber will ich gar nicht urteilen oder was behaupten. In der Situation ist aber, glaube ich, nie Gebet genug. Also als gläubige Katholiken haben wir die Perspektive, dass es um viel mehr geht, als nur um das Leben hier. Und deswegen bitte ich jeden von euch, der mein Video sieht, zumindest ein kurzes Vaterunser in Ave Maria für die Lisa zu beten. Wenn ihr etwas mehr über sie erfahren wollt, werde ich in der Beschreibung auch noch ihr letztes Video verlinken. Aber darum geht es jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern dass wirklich jeder von uns mal ein kurzes Gebet der Sache widmet, dass sich die Lisa in den letzten Tagen, wie sie selber gestern berichtet hat, nicht nur gut fühlt in ihrer Familie, gut die letzte Zeit verbringt, sondern dass sie sich auch geistig auf den Tod vorbereitet, darauf, wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen vor unserem Schöpfer und Vater zu stehen. Ich danke euch schon voraus, wenn ihr euch die paar Minuten nehmen könnt, sich dem Gebet anzuschließen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020